Roman Lewandowski, herzlichen Glückwunsch zum sechsten Titel in dieser Saison. Ihre ersten Worte dazu. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich denke heute, dass wir einfach gewinnen wollten. Dieses Tor, das wir geschossen haben, das war wahrscheinlich die erste Flanke. Und dann direkt das Tor geschossen. Ich habe im Halbzeit gesagt, Männer versuchen wir auch Flanke. Wenn dann die Innenpartner schieben auf eine Seite, dann ist freier Raum in der Mitte. Und einmal haben wir das geschafft. Und dann haben wir Sixpack und das ist eine große Geschichte. Es gibt dieses tolle Foto von Ihnen mit den ganzen Vokalen im Bett. Es gibt dieses tolle Foto mit den ganzen Vokalen im Bett bei Ihnen. Da kommt jetzt noch einer dazu. Ist da überhaupt noch Platz im Bett? Die Platz, ich finde immer, aber ich weiß nicht, ob das eine Foto... Klar, das ist etwas Extra, etwas Besonderes. Aber darüber habe ich noch gar nicht gedenken. Okay, war der Sieg auch ein bisschen für Thomas Müller heute? Ja, es ist schade, dass er nicht dabei sein konnte. Und ich hoffe, dass er schneller zurück ist. Und wir müssen ohne ihm spielen. Aber klar, im Fußball kann man sowas passieren. Und muss man auch sowas nicht akzeptieren. Aber einfach adaptiert und den besten Fußball zeigen. Wie wird gefeiert heute? Oh, wir fliegen direkt nach München zurück. Im Flug. Ich denke, das kann man ein bisschen genießen, die Zeit. Oder morgen. Aber klar, das ist wahrscheinlich von uns, das ist noch nicht klar. Aber diese Geschichte, die wir gerade geschrieben haben, das ist schon etwas Besonderes. Wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.